oh ne was kostet ja ok 1200 aber ne der siehts bisschen hässlich aus der normale ist besser ja der normale ist viel besser der sieht so als elf gar nicht gar nicht so gut aus festtakt hacken stadt sogar um links wer ist jetzt hier ein stil Ach, dieser Taco, die ist ja mal drin. Die Mops, die drin sind, sind aber geil. Die Mops, die drin sind, sind aber besser als gestern. Oh Gott. Gibt's schon Neuigkeiten eigentlich zum Patch oder so? Ja, angeblich Dienstag, aber kann auch Mittwoch sein, obwohl Mittwoch ist wahrscheinlicher, weil da auch die The Walking Dead Skins reinkommen. Ja, ich wusste gar nicht, dass der hat. Ja, der One of the Game Awards geleakt, selbst von Epic. Kann man jetzt eigentlich schon wieder Sachen verschenken, geht das? Äh, anscheinend gibt es wieder, also ich hab letztens jemanden was geschickt. Das ging doch irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie das Battle Pass aussieht. Geht das? Nope.